Die Erleichterung ist wirklich groß, denn das war eine schwierige Aufgabe. Wir mussten hart für diesen Erfolg arbeiten, Nantes war defensiv wirklich prima organisiert. Das Team stand so kompakt, wie wir es erwartet haben. Dadurch hatten wir wenig Raum, mussten geduldig sein und mit einer Menge Hingabe spielen, um die drei Punkte zu holen. Gott weiß, wie wichtig dieser Sieg ist. Wir spielen jetzt dreimal in Folge auswärts, deshalb ist dieser Erfolg so bedeutend. Wir haben drei Punkte und eine weiße Weste. Das ist sehr positiv und zeigt, dass wir hinten stabil sind. Wir haben unsere Lektion aus der Coupe de la France gelernt, als Nantes mehrere Konter gegen uns gelaufen ist und am Ende drei Tore geschossen hat. Ich denke, dass diese kommenden drei Partien auswärts, das erste davon sogar in Marseille, zeigen werden, ob wir Chancen auf den Titel haben oder nicht. Nach Marseille geht es nach Montpellier und nach Lille. Danach werden wir wissen, was wir noch erwarten dürfen, denn das Saisonfinale wird eine ganz enge Kiste. Dann werden wir sehen, ob wir noch mit PSG mithalten können. Das Team ist ja eigentlich schon seit Beginn der Saison Meister. Wenn PSG den Titel holt, dann ist das logisch. Aber wir werden versuchen, das so schwierig wie möglich zu machen. Das Team ist ja auch noch ein bisschen zu machen, aber wir werden versuchen, die Titel hier noch ein bisschen zu machen. Vielen Dank.